Also ich bin ein bisschen, ein bisschen verwirrt. Achtung, der Ball geht ins Aus und ich habe dort eine Berührung gesehen vom Torwart. Der Torwart ist jetzt ein bisschen, ein bisschen schockiert und verwundert. Übrigens, das hier, schubsen geht nicht, funktioniert nicht. Wir hören mal kurz rein, was ich noch sage. Schubsen brauchst du nicht, okay? Ich stehe hinter dir, ich habe es gesehen, dass du mit dem Fuß dran warst. Und wenn du ehrlich bist, weißt du selber auch, okay? Wir brauchen nicht zu diskutieren, du weißt ja selber, was du dran warst. Das Problem ist, ich suche hier ehrlich die ganze Zeit die Berührung. Siehst du hier die Berührung oder was habe ich da entschieden? Naja, sollte das ein Fehler gewesen sein, tut mir leid, lieber Torwart.